Herzlich Willkommen zurück zu Hoverwatch im Ranked mit Lu. Hallo, und ich kann nicht Lucio spielen. Lu ist eigentlich immer Lucio, weil hier ist so ein Lucio-Main am Start. Der war schneller, der war schon drin, schon alles gepickert. Sollte mal ein bisschen boosten. So bin ich jetzt Diva und ja, mal sehen, mit wie viel Erfolg das so. Wow. Ähm, tschüss Lucio, tschön mit dir. Wir haben einen Torbjörn. Eine Sombra haben sie auch, aber die ist tot. Ich krieg den Turm nicht down, achso, weil der den aufbaut. Irgendwer schießt auf mich. Nice one. Bitte lass nicht die Granate auf mir landen. Hä? Lebt die immer noch? Ja, die lebt immer noch. Mercy? Mercy down. Zombra ist wieder da, Torbjörn kommt mit seinem Turm. Oh Gott. Ähm, ich bin umgerundet. Meine Maus hängt schon wieder fest. Oh nein. Jetzt habe ich meinen Mech verloren, das ist nicht gut. Oh Gott. Zombra wurde gebubst. Hallo. Haben wir ne Mercy? Ja, wir haben ne Mercy, geil. Ja. Irgendwie überlebe ich mich grad ganz schnell. Fuck, die Ana hat mich hardcore weggemacht. Oh nein. Warum jetzt? Soft den Genge auf. Nein, er hat nichts mehr, den Roadhog. Okay. Wo ist er? Ja, jetzt hat er wieder was wahrscheinlich, weil er sich geheilt hat. Ich kann nicht zielen! Du musst nicht zielen mit Diva. Mamma mia, ein bisschen muss man schon zielen. Einfach nur in die Richtung halten. Oh. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin... Der Roadhog ist gefährlich, da musst du auffassen. Ja, oh. Hey, der ist aber doch tot! Jetzt hab ich die nicht getroffen. What the fuck war das? Hex... Oh, jetzt haben wir einen Fall nicht in Farah. Wo ist die... Wo ist die Farah? Was die Mercy? Ja, ich versuch's, aber sie ist weggeflogen. Oh fuck, hier ist ein Reinhard. Wo ist sie hin? Shit. Ich hab die Mercy verloren. Oh, sie ist gestorben. Ich hab hier einfach reingehalten gerade. Ich lebe nur. Oh, Punkt, du umkämpft? Was? Shit. Ich glaub, der Reinhard hat seine Ulti... Oh, Reinhard ist weg. Ja, die Farah fliegt hier rum. Ist weg. Achtung, der Roadhog kommt einfach auf uns zu gerannt gerade. Oh Gott. Er hat mich. Nein, ist nochmal tot. Ich hab mich... Ich hab einfach mal gebodyblockt. Anna ist hier. Ist tot. Die Anna ist mega aggressiv. Oh. Wo ist sie? Wo ist sie? Ach, da hinten in der Ecke. Nein! Ach, da hinten in der Ecke. Das tut mir so leid. Wir haben gewonnen. Wir haben die Runde gewonnen. Das geht. Oh Gott sei Dank. Und wir wären noch gerest worden. Wir haben ein gutes Team. Wir haben ein gutes Team. Ich bin... Außer mir. Ich bin grad mein Tod geflogen. Das hat niemand gesehen. Oh Gott. Oh, Mama Mia. Wir haben vernünftige Leute eigentlich erwischt. Ja. Aber die anderen sind noch ein bisschen trottelig, weil die Anna rennt... Die Anna ist mega aggressiv. Die hat mich gerade auch voll gedamaged... Sie hat mich getötet, weißt du? Und ich denk mir so, what the fuck? Warum hat Anna mich getötet? Ja, aber die... Also, ich weiß nicht. Ich hab sie immer nur alleine auf dem Point-Rennen sehen. So, hä? Wie jetzt? Was hast du vor? Wer war das? Rufus war das, ne? Ah, kann ich jetzt nicht gucken. Ich weiß nicht mehr. Ah ne, Vekic war das. Das war Anna. Puh, okay. Sie haben wieder Pharah. Mit Mercy am... Im Gepäck. Ach fuck, zurückgeflogen. Das Problem ist, ich kann nicht so weit schießen. Also, nicht effektiv. Oh, der Anna-Hit, alter. Ah, jetzt haben sie ne Diebe. Ich hab die Mercy isoliert. Nein, fuck. Oder auch nicht. Klammer einer... Was macht mir Damage? Ich seh's nicht. Oh, ich... Tracer läuft hier rum. Gott, die Scheiß... Ich nerv' die die ganze Zeit. Nur ich fliege... Oh, sie hat nix mehr. Okay, sie ist tot. Sie ist tot. Oh nein. Oh, jetzt haben sie rein. Wir haben sie schon die ganze Zeit. Wer ist denn on point? Tracer wahrscheinlich. Nein, nicht meine Mercy! Irgendwo hinter dir ist ne... Das da? Tracer ist hinter uns. Ja, wollte ich grad sagen. Das wollte ich grad sagen. Ich konnte nur nicht fertig reden. Die ganze Zeit. Ich hab Angst, dass sie unsere Mercy totet. Hab sie, hab sie, Tracer. Okay. Ich treff nix? Natürlich hat die Anna noch ne Granate drauf geworfen. Shit. Ich muss sie weg. Okay. Okay. Oh, da ist ja ein Rainer. Ja, mach den mal weg! Oh, mach ihn weg! Ich hab ihn! Oh, der war doch fast tot! Er ist tot. God. Tracer hast du da hier. Irgendwie hängt meine Maus schon wieder ständig. Irgendwo fest. Ich weiß nicht, wo... Oh, jetzt haben sie einen Affen. Wo? Wo? Ah, schub sie doch nicht weg! Du so, ich hätte sie gehabt! Ich bin ja halt hinterher geflogen! Der Freien hat... Ist tot. Okay. Hab dir geholfen. Ist gut. Danke. Dankeschön! Wir haben ein gutes Team. Ja, voll gut. Du bist nicht mal dein Main. Ja. Vielleicht ist halt mein wahrer Main Diva, wer weiß. Vielleicht hab ich die ganze Zeit nur missverstanden. Vielleicht hab ich die ganze Zeit nur missverstanden. Nice one! Oh, ich... Ich komm nicht einmal zum Ulten. Wups. Jetzt mal geh in die Band schmeißen. Oh! Und jetzt kriegen wir auf den Sack. Äh, nein! Sag sowas nicht! Sag sowas nicht! Don't jinx it! Ich bin wieder da! Unsere Mercy musste nicht einmal resen. Zumindest wurde ich nicht einmal geröst. Ich auch nicht. Ich bin, glaub ich, jetzt in der Runde gar nicht gestorben. Ich auch nicht. Luke Farah. Triggert die doch nicht, die Leute. Nein! Dann werden die sauer und spielen auf einmal gut. Naja! Das ist in Animes auch immer so. Das stimmt, das stimmt. Dann werden die böse und auf einmal sind die uber krass. Ja, dann... dann... dann konzentrieren die sich auf einmal und sagen, so und jetzt aber, Freundchen. Machen sich Metal an und dann geht's ab. Dann geht die... kommt die epische Musik. Ja. Und dann... dann sind alle tot. Okay. Deswegen kommt übrigens nicht so oft Ranked. Du ist immer sehr gestresst davon. Ja, ist mega... Oh! Affe! Oh, Rotor. Wie, der lebt noch! Affe ist tot jetzt, aber Rotor kommt. Aufpassen. Oh, die haben Bastion. Sie verzweifeln schon. An... 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 Reaper. Achtung! Aber nur einen Healer. Nein! Die haben... Die haben nur einen Healer. Wahnsinn! Lasst uns das Ziel gemeinsam rocken! Oh, fuck. Wir müssen zuerst den Punkt kriegen, dann sind sie schon mal demoralisiert. Oh nein. Achso, deren Senators runtergefahren. Hilfe! Oh shit! Hab den Reaper. Oh nein, jetzt... 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 jetzt bin ich gestorben. Nice one! Was ist passiert? Der Rotorquot runtergeschubst. Nein! Ich hab mich aufgepasst. Ich war zu greedy. Wir haben den Point? Wie haben wir das denn gemacht? Wir haben den Rotorquot runtergebubst mit Pharah, haben Bastion gemacht, haben Reaper gemacht und dann haben wir gewonnen. Oh, okay. Unsere Pharah ist gut. Leider. Muss ich verstehen. Die ist echt gut. Und unsere Mercy macht die Sombra fertig, Alter. Manchmal sind die Arschwächer halt leider gut, muss man sagen. Tschüss, Rins! Der Lucius ist auch gut. Nice one. Gut. Ist noch ein Soldier im Räumchen. Der nicht wegkommt, aber jetzt ist er weg. Ah, Sombra von dir vielleicht. Hab sie freigedeckt, leider. Bastion. Oh, Bastion, what the fuck? Ist tot. Ah ne, Sombra ist tot. Ne, ne, der ultet hier noch in meine Matrix rein. Der ultet in... Oh, 60 HP! Danke Mercy. Was ist passiert? Ich weiß nicht, ich hatte auf einmal 60 HP nur noch. Gut. Oh, die haben eine Widow. Oh! Nein, ich hab's nicht mehr geschafft. Äh, die haben eine Widow. Wo ist die? Ja, ja, ich hab sie verscheucht. Die rennt grad weg von mir. Komm nicht hinterher. Weiß ich, wo sie jetzt hin ist. Ähm, irgendwas hat die gehackt. Sombra. Wo sind alle? Ich hab Angst. Bastion geht oben links hoch. Winston kommt aus dem Kämmerchen. Dann soll er kommen. Oh, jetzt wurde ich gehackt. Oh, fuck. Ähm, was passiert hier grade? Hinter uns. Absolut. Du weißt ja nicht, was Winston da will. Was ist mit dem Winston hier? Ähm. Ist er tot, ey? Ne, der lebt noch. Der hat mich gleich hier. Oh, okay. Easy win, easy go! Ich komm nie zum Ulten, Gottverdammt! GG. Wow, das war... Okay. War ne schöne Ranked-Runde. Highlights. Ja, Greenix hat das verdient. Weil ich ne gute Star war. Ich hab für mich ein bisschen gecarried, aber okay, okay. Hat er eh gedrückt? Oh. Oh, lol. Achso, das war das Ende, wo wir noch gewonnen haben. Da, wo ich mich selbst umgebracht hab. Das wär ja nicht zu sehen, schade. Wundervoll. Guck mal. Yay, ich hab sogar ne Karte. Von wegen gecarried. Gibt's aber trotzdem der Möhrs. Alle greift. Sehr gut. Tja. So, dann gucken wir, wie viele Punkte ich jetzt hab. Ja. War ne schöne Ranked. Tidoo. Tidoo. So gefällt mir Ranked am liebsten. Am besten. Am allerliebsten. Tidoo. 2640 auf 2677. Boah, ich hab voll viel gekriegt. Ich hab 37 Punkte bekommen. Ich hab 56? Was? Ich kann grad kein Mal. Ich glaub, es war sogar ein bisschen mehr. Ich glaub, ich hab dich hochgecarried. Ich glaub, ich war bei 204 und 18. Jetzt hab ich 2136. Ich hab dich hochgecarried. Es geht grad so. 2136 bist du. Ja. Und ich hatte vorher 2084 oder sowas. Achso, okay. Alter, was? So viele Punkte. Ja. Ich hab mega viele Punkte gekriegt. Allgemein krieg ich immer mehr Punkte, hab ich das Gefühl. Ich krieg auch immer 37 Punkte. Gut. Ja, gute Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Schick. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.